6. Einsiedelei der unbefleckten Empfängnis Am Rande der Stadt, neben der Straße, die nach Marjalisa führt, steht die Einsiedelei der unbefleckten Empfängnis. Bereits zu Beginn des 17. Jahrhunderts urkundlich erwähnt, stellt es eine einfache kombinierte Ziegel- und Mauerwerksfabrik dar, mit einem Glockenturm auf dem Trittbrett. Als Neuheit hat sein Portal mit abgesenktem Bogen ein Atrium und ein kleines dreiseitiges Dach. Im Inneren sehen wir ein einzelnes Schiff, das mit Paar- und Knöchelpanzern bedeckt ist. Der Zugang zum Kopf des Tempels wird durch einen halbkreisförmigen Triumphbogen hervorgehoben, der von einem Metallgitter verschlossen wird. Das rechteckige Presbyterium ist mit einem achteckigen Gewölbe bedeckt. 1614 war dieser Ort Schauplatz eines Aufstands gegen den Wächter der Monteste Toledo, motiviert durch die Verhaftung eines Nachbarn, der verdächtigt wurde, illegal gejagt zu haben. Als der Häftling um Hilfe rief, kam ihm ein wütender Mob von Nachbarn zu Hilfe und wollte den Wärter lünchen. Nur sein Geschick mit Schwert und Pistole rettete ihn. Schließlich schaffte er es, den Häftling ins Stadtgefängnis zu bringen, musste ihn aber freilassen, als der Bürgermeister der Stadt selbst mit mehr als 200 Männern kam, die viele beleidigende Worte sagten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017